Ich bin Valbona Veseli und schaffe als Vorsorgeberaterin bei der Swiss Life. Meine Stärke ist meine Schwäche für Menschen und ihre Bedürfnisse. Wenn man mir als Kind gesagt hätte, dass ich bei der Swiss Life eine erfolgreiche Vorsorgeberaterin würde, hätte ich das nie geglaubt. Das Schöne an meinem Job ist, ich kann meinen Tag selbstbestimmt gestalten und bin sehr flexibel. Mein Magen fängt früh an. Mit einem Magencafé, das ist mir heilig. Routinen und Rituale sind mir sehr wichtig. Mein Erfolgskämmnis. Ich bin sehr ehrgeizig, hartnäckig und lasse mich nicht unterkriegen. Ich schätze, auch mein Job gibt es billige Möglichkeiten. Ob du vom Fach bist oder als Freieinstieger, Swiss Life gibt dir eine Chance, deine Stärke in den Job einzubringen. So unterstütze ich meine Kunden bei wichtigen Lebensentscheidungen und bin oftmals eine wichtige Ausbrechsperson für sie. Die Offenheit und das Vertrauen, das meine Kunden mir schenken, schätze ich sehr. Denn genau das ist meine Stärke. Meine Schwäche für Menschen. Okay,ixx justworted spenden. Wir sind Marriage Desperain-Kette aus.